Die musikalische Abbauung für Dich, für heute. Hör Dir Gutes an. Give a hand, take a hand. P.P. Arnold Ganz, ganz feine Version. Eigentlich ein Bee Gees Song. Die Grip-Brüder wollten ihn 1969 nicht auf ihre LP Kacamba Castle nehmen. Frau Arnold hat's dann als erste veröffentlicht. Sehnsucht, Vergeblichkeit, Wehmut, große Stimme. P.P. Arnold, give a hand, take a hand. Ist gut, wirklich gut, kannst du glauben. Los, geh rein, hörst Dir an, und der Tag ist Dein.